Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 3. Hier ist wieder Oliver Dran und dann seid ihr zusammen mit dem 2er für Mac. Ah ja, wie gesagt, gekauft. Er hat keine Freude dran, er macht das nur wegen des Geldes. Ja freilich, Geld regiert die Welt, man. Okay. Und wir müssen jetzt den Abschnitt hier nochmal ganz kurz nochmal spielen, um dann andere Sachen zu machen. Äh, rennt schon mal hin und setzt das Ding einfach mal drauf. Mein Ding ist weggegangen. Dennis? Mein Ding ist runtergefallen. Und schön in die Eier. Ich muss gar nichts sehen. Verdammt, wo sind meine guten Waffen da? Ach, mir fressst du eine Schäfkanate. Ist doch egal. Äh, du kannst mit, wenn du, wenn du oben links dieses Nachschubzeichen hast, kannst du Nachschub anfordern. Da muss ich noch irgendwas für machen. Ich glaube, ich habe einfach mal einen Rückstoß aktiviert. Ja. Der Scheiß-Sniper da oben auf dem Dach muss weg. Verdammt. Oh nein, nein, nein. So, ah, man muss Nahkampfangriffe machen für den, für den Nachschub. Jetzt wissen wir das auch. Ja, ne G-Mile, das ist gut. Ja, so halbwegs. Was sind sie denn? Oh, da ist ja noch einer. Ah, da ist ein Heavy. Oh, das sind noch nicht. Oh, ne doch nicht. War, war kein Heavy. Ach, Gottchen. Jetzt ist unten ein Heavy. Was? Heavy? Ah. Nö, ich sehe keinen. Na, unten, unten auch auf dem... Ah, ja, vor mir. Ja, vielleicht. Ja, ey, schieb ich nicht schon vor oben, oder was? So, der Heavy lebt immer noch. Edger. So, jetzt ist er tot. Wie viel? Ah, und mein Rückstoß-Ding ist verfügbar. Ah, ich schieße schon wieder daneben. Ich bin kein guter Sniper. Schöne ist, die kann man im Dunkeln so schön mit ihren weißen Köpfen... Ja, jetzt schieße er genau in der Situation auf mich, wo ich gerade seinen Kopf anvisiert habe. Ja! Wie ich daneben schieße. Das geht doch nicht! Das geht doch nicht! Ja! Ich habe mal wieder einen getötet. Ach, egal. Wo bist du überhaupt? Ja, ich bin auch weiter hinten. Hilfe! Ja, auf Kreis, Herrmann. Ich komme, ich helfe ihn. Nachdem ich den Typen hier Nahkampf weggemacht habe. Man hört schon, wie panisch du das Ding drückst. So, ich habe dich befreit. So, und wo ist denn das Ding jetzt? Äh, ich würde mal sagen... Hier ist es. So, ich mach es mal auf und du holst es raus. Okay. Dann rein ich aber runter. Ich habe sie! Lauf, Forrest, lauf! What the fuck? Nein, er ist so runtergefallen! Ah, Raketenwerfer, Fuzzi. What the fuck? Schildfuzzis. Okay, ich bin tot. Bleib halt bloß am Leben. Ich werde drüber nachdenken. Naja, wir haben durch ein Problem. Es ist runtergefallen. Wie weit runtergefallen? Äh, dass wir das glaube ich neu holen. Ach, der liegt so. Ah, es ist neu gespawnt, ja. Ja, weil es runtergefallen ist. Rennn! Ach, das ist gar kein Gegner. Das ist die Goldstatue. Ja, mit mir. Ne, die, die wir schon aufgestellt haben. Achso. Ah! Oh Gott. Da ist einer mit dem Schild! Ah! So, ich hab ihn. Okay. Aber ich glaube, ich bin des Todes bereit. Nicht so schlimm. Die Farbe kommt wieder. Oh, ich doch mal. So, da ist sie ja wieder. Ich schaue es noch. Ah, Sniper. Ah, Schild. Ah. Äh, B. C. So, ich hab's. So, ich versuch den Sniper grad mal noch wegzumachen. Da eignet sich die G-Malen gerade recht gut für. Yeah, die haben schön gegeneinander gebackt, die Gegner. Super. Geh weg! Ich mag dich nicht. So. So, der Sniper ist auch weg. Unten am Turm sind noch ins Wehe. Aber ja, die sind schräg weg. So. Ah, wir müssen noch so'n Ding holen, glaub ich. Nee, das ist der Kontrollpunkt da. Koop-Punkt. Weinst du? Ich denk schon. Ja, dann mal hin. Hinter dir ist noch einer. Oh, oh. Heavy. Oh, Heavy Rain. Renn! Ah, Granat hin! Ah, Granat hin! Verdammt. Ich hab da grad ne Granat hin geworfen. Gott der Fuh! Brauch Hilfe! Oh Gott. Brauch Hilfe mit wie, welcher Freude er das sagt. Ey, komm lieber nicht zu mir. Ja, das war's. Ja, toll, ich hab gedacht, ich helf dir, indem ich da ne Granat. Nee, hättest du nicht helfen können, weil da sind so viele Leute alle. Ja! Ja, sag ich doch. Verdammt. Ich hab die Granate genau gegen die Wand geworfen. Dass hier schön auf meinem Kopf gelandet ist. Aber Hauptsache, wir haben den Checkpoint hier. Ja, und ich kann mir ne neue Munition holen, weil, ey, ich hab auf einmal wieder volle Munition. Äh, lol. Ja, ich auch. Wo ist er denn? Da vorne. Mehr Stabilität für die AK, wenn ein toller Perk. Achtung, Granate fliegt. Renn! Ich hasse diese Typen. Hab ich das schon mal gesagt? Äh, weiß nicht, hab nicht zugehört. Wer auch, wenn man was Neues hat. Verdammt! Yeah! Ich glaub nicht, dass du mir hilfst, oder? Nee, ich glaub, das schaff ich nicht. Sterb lieber und komm neu. Der, der Heavy läuft noch drunter. Ist nicht so schlimm. Erstmal seine Compadres wegmachen. Könnt ich mal aufhören, mit Granaten hier zu schmeißen? Ich bin jetzt nicht so ein bisschen auf den Sack. Wie lange brauchst du noch? Bin schon da. Oh, cool. Ah, ich hab den Rückstoß. Yeah. Und schieß schon wieder daneben. Oh, fuck. Ach, scheiße. Ja. Scheiße. Dachte, ich schmeiß die Granate noch weg, aber er war zu spät. Aber ich lieg direkt hinter dir. Das müsstest du schaffen. Ohne großartig aus die Deckung zu kommen, oder so. Oh, Mist! Der wirft irgendwann immer drei Granaten. Ach, was! Okay, ich muss spawnen. Oh, das hat mich umgehauen. Boah, nicht runterfallen. Nein, Deckung, Deckung! What the fuck, yo! Ob das geht mit Nahkampf bei dem? Nein, nein, nein. Ja, dann renne ich lieber. Juhu! Weil er wird echt schon ewig nicht mehr geschwimmen. Ja, es sind auch ein bisschen anders, die Regeln. Juhu! Als im Singapier. Die Dinger sind noch härter. Ja, im Singapier sind es echt. Also das ist schon ein bisschen übel. So, noch ein bisschen Muni. Schmisse, das ist wirklich noch ein Ding. Ah, damn it. Aber kann nicht mehr so kompliziert sein, weil wir haben ja schon... Nach den Heavys jetzt... Müsste eigentlich... Gleich durch sein, die Sache. Kamera, ich seh nix. Dankeschön. Ach, ich muss ja gar nicht gedrückt halten. Ich hab jetzt Dreiecke... Oh, da hinten sind schon wieder Gegner. Ich war schon mal schnell rüber und leg das Ding ab. Ja, ja. Ich geb dir Rückendeckung. Schieß mal den Typen ab, der vor mir steht. Ah, und der hinten mir und... Ach, ich geil steht. So, direkt in die Eier erstmal. Ah, ich bin gleich tot. Ja, da hat's mir erledigt. Ich mach mal Selbstmord. Okay. Oh, oh. Aber du wirst direkt in der Nähe gewesen. So, noch 10 Sekunden. Kommen wir von allen Seiten, oder was geht ab? Mhm. Ich glaube schon. Was war die AK-Wir-Dohin? Was ist er denn? And... I'm back. Oh nein, nein, nein! Weg da! Wow, 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 wow! Mal dieses Abzeichen und dann gibt's ja der Medaillenrückstoß. Oh, weg mit dem Typen! So, alles klar. Oh, der Typ holt sich so ein Ding. Ist das nicht noch einer? Das ist ein Heavy, ja. Wo ist das? Oben. Die Kamera steht überall, aber nicht da, wo ich gerade hin will. Vielleicht darf man nur da runter schießt? Weiß nicht, das war nur Normali. Normali. Ach hier, fress das! Ich schau mal noch. Oh, oh. So. Wah! Lass mich raten, da oben geht die Luzi ab. Ne, die fliegt schon. Hilft mir! Hilft mir! Oh, von wo schießen die denn, Neo? Von... Ach, da drüben. Weit, weit weg. Weit, weit weg, Start, kenn ich. Stopp, Kartoffel! Durch, durch, Schreck 2 gibt's ja auch ein FFAPD. Far, Far Away Police Department. Jo. Achtung, der ist unten. Wo denn? Ach, da sitzt er mit seiner... Was auch immer, Waffe. Und schießt. Ja, war gut, der hat sich gut meiner Kan... Oh, der kommt hoch. Weiche von mir, Neemon. Aber das goldene Ding liegt unten. Ja, aber da kommen wir eh nicht vorbei, weil der große Typ im Weg ist. Ach was. Was liegt da unten? Ach nee, das sind ja unsere Aufgestellten. Scheiße. Nee, der hat ihn noch auf dem Rücken. Hilfe! Weißt du, du rettest mich noch? Ich klinge nicht mehr. Lauf weg, lauf einfach weg. Ach, verdammt. Gut, dann spielen wir den Abschnitt halt nochmal. Äh, ist er eh ab da, wo der jetzt wieder lebt. Na gut, wir sind richtig positioniert eigentlich. Wo ist er denn? Da oben. Gleich Feuer auf den großen Heidi. Mach ich doch schon. Äh, mit den G-Mails ist das scheiße. Und ich hab so ein bisschen wenig Farbe im Gesicht. Ah, wo denn? Wo bin? Ja, immer wenn ich aus der Deckung rausgucke, schießt das mal irgendwas auf mich. Ach, von hinter uns. Ah, da. Ja, ich komm jetzt. Ja, der Kopf ist im Weg und hilft mir nicht gerade beim Zielen. Geht halt auf die andere Seite. Nee, das ist nicht schlimm. Ich hab mich nur kurz neu ausgerichtet. Geht weg! Der ist unten? Ja, der ist schon runtergelaufen. Mist, und meine Granate ist dir... Oh, oh. Äh, shit! Deckung wechseln! Äh, ja. Wiederbeleben! Deckung gehen! Und wann? Wie viel hält denn der Biese aus? Ja, zu viel. Weg hier! Und von wo werde ich denn verschossen? Wie wärst du nur mal woanders hingehst, weil... Ja, mach ich doch schon. Hey, ist ein Taub, Rezision. Das kommt mir gut. Was ist er denn? Kommt... Und jetzt kommt. Oh Gott! Woher kommen die denn alle? Von oben, unten, links der Seite. Und vermutlich aus dem Programmierer, der sie designt hat. Okay, jetzt heißt es... Oh ja. Ah, ich dachte, der läuft weg. Läuft genau zu mir. Aber, äh... Wo ist er denn? Da! Ah, Gott sei Dank, der ist oben. Ja, ich weiß gar nicht, wer da hingekommen ist, aber egal. Krieg ich die Treppen hochgelaufen? Nee, ernsthaft? Glaubst du das? Ich denk's mal. Oh Gott! Oh Gott! Scheiße! Guck mal, diese Endbosse. Ah, und jetzt ist noch oben noch ein Raketenwerfer-Fuzzi. Ja! Ist er down? Oh, er ist down, super. Und sogar noch einen Schatz bekommen. Ja, und jetzt krieg ich meinen Rückstoß, genau. Ah, das ist ein Gasfußzi. Egal. Gott, ey, das gibt's doch nicht. Kannst du... Was war das jetzt, Enk? Ich wollte ihn gerade tot machen. In dem Augenblick löst du das Skript-Event aus und er macht dich tot. Wo läufst du hin? Äh, Waffe hoffst du nicht mehr. Ach, so, egal. Pff. Ach, Schuh. Waffe. Ich glaub, das Level ist eh jetzt gleich vorbei. Ich hoff's mal. Wär gut, wär gut für den Part. So, aber den Platz kennen wir ja. Gucken, ob hier auch, äh, Sachen zur Reinigung da sind. Tür. Nee, hier sind auf jeden Fall ein ganzer Turm dahinter, ist's? Dann nehmen wir dann wohl nicht. Äh, das ist sowieso ein Turm. Ja, aber im Singleplayer war doch hier die Putzkammer drin. In dem Raum. Stimmt. Naja, geht's halt weiter. Ich glaub, wir sollen klettern, weil hier sind so Fenster. Naja, das hat eine Wandvergrößerung gemacht. Joa, ein großes Fenster ist besser als ein kleines Fenster. Ich wünsch dich jetzt eine Hakenklinge. Oh, nee, der Singleplayer-Abschnitt. Oh. Also, was auch bei dem Boot im Singleplayer war, ist hier der selber Abschnitt auch mal. Gottchen, Gottchen, Gottchen. Ja, hallo, ich würd' gerne weiterklettern. Äh. Hä? Wie, wie hast du das jetzt gemacht mit dem Weiterklettern? Äh, ich bin runter. Lapp. 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 Scheiße. Verdammt. Und da fliegt der runter. Och. Oh, heilige Maria. Wer ist Maria? Und weg mit dir, du Ungetier. Ferns. Aber wenigstens so wie bei Borderlandser schießen könnte der Rittmann stirbt. Das wär ja richtig geil, das setzt richtig an. Äh, ja, das wär ganz praktisch. Aber ich rette dich erst mal schnell. Okay, dann rette ich dich. Fast. Und runter mit dir. Ach, ich hab ja noch den Nachschub. Und toll. Den ich jetzt nicht mehr brauche, weil es schon da ist. Äh, vielleicht brauchen wir ein RPG. Es sind nämlich zwei Stück. Ja, ich hab eigentlich gerade meine Supersniper, also von daher nimm du RPG mit. Passt schon. Ja, weiß ich nicht. Es ist irgendein Snipergewehr. Es ist nicht die Dragon. Es ist mein Nachschubssnipergewehr. Ha. Wer ist der? Oh, unser Freund der Helikopter? Oh, unsere Freunde die Helikopter. RPG? Unser Freund der Biber. Der Justin? Ich glaub, das bringt wenig. Nein, das ist doch, äh, Biber und so. Jetzt kommt doch mal her hier und hört auf mich zu bewegen hier. Feine. Verdammt. Verdammt. Ich hab keine mehr, äh? Komm, ich hab doch das Roterblatt getroffen. Ach, scheiße. Ich brauch auch neue. Scheiße, ist keine mehr da. Und hier kommen auch noch Gegner. Was? Okay, bisschen schwere kann man sich durcharm machen. Na, feilig. Schöne, absurd, ne? Sag mal, wie kommt die von da... Wo... Wo kommt die her? Ich mein, die springen vom Turm runter. Ach, komm schon. So eine RPG wäre echt nicht schlecht. Ja, wär super. Die spawnt aber auch gerade nicht nach. Ja, eigentlich... Eigentlich ist das mehr... Gegner auf der Mauer. Ausdauer kooperativ 33% absolviert? Ja, hab ich auch. So, ähm... Die RPG ist wieder da. Zum Glück. Auch eine für mich? Äh, ja, innen liegt noch. Hab sie... Äh, je, 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 je. Ah, ich schieße aber auch schon wieder nur daneben. Dein Versuch. Verdammt! Ach, auch daneben. Okay, lieber mich. Los, ich zum Bier. Schnappen sie sich die RPG und schießen sie auf den Helikopter. Nein! Ernsthaft. Leute. Mag ich hier nicht eine? Ja, doch. Ah, jetzt hab ich gar keine Munition mehr. Auf gar keiner Waffe. Ich hätt sie getroffen. Aber der ist in dem Moment nach unten geflogen. Das gibt's doch nicht. Shit happens, ne? Shit. Ah, hier ist... Ach, hier am Rand stehen auch noch RPGs rum. Ach, was. Dann versuch mal dein Glück. Ich kümmere mich währenddessen um die... Nein! Lass mich raten. Daneben? Hast du vollkommen richtig erkannt, ja. Naja. Äh, noch an einem. 41% absolviert. Sag mal, gehen die aus dem Weg, oder was? Ich hab bei ihnen einmal getroffen. Ja, gibt's wieder welche? Äh, ja, überall am Rand liegen. Welche rum. Auch, also musst du noch einmal rund rumlaufen. Dann findest du welche. Ja, was willst denn du, ha? Aus dem Maul. Hab ich getroffen? Nee, natürlich nicht. Ach, da liegt ja eine, oder? Hey, hallo. Der hat eine Spawn Protection drin, ihr habt der Gegner. Der ist gespawnt und ich kann die nicht instant töten. Einer weniger. Moment. Die haben alle Dispawn Protection. Das gibt's doch nicht. Oh, der ist genau runtergegangen, die Sau. Die Sau hat sich geduckt. Ein Helikopter, weißt du? Helikopter ducken sich. Geht's noch? Ja, schlauer Helikopter. Künstliche Intelligations. Künstliche, ja, das trifft's wirklich. Ah. Ah, Deckung. Mama siegt da. Ey, vorher hab ich die eine Rakete? Ist das wirklich wichtig? Ist egal. Ah, nein, jetzt fahr ich nie wieder weg. Ja, getroffen. So, der brennt schon so ein bisschen. Und er mag es auch nicht zu schießen. Ja, Mann, Volltreffer. What the fuck, was geht mit dem ab? Weiß nicht, wie wird der Akku? Keine Ahnung, der ist aber auf alle Fälle ziemlich gebrannt. Du meinst, er brennt, Marc. Ja, ich hab noch einen getroffen, super. What the fuck? Ah, daneben, egal. RPG. Yo, wir überziehen gerade auch die Hölle. Aber egal. Ist egal, Parts und Überlänge sind Gange und Gebe. Wo sind sie denn? Oh Gott. Oh, der dritt sich so langsam, der Nathan. Irgendwie, irgendwie. Habe ich? Ja, ja, du hast sie getroffen, das reicht. Die halten mir aber auch zu viel aus. Ja, guck mal du den an. Ja, toll, ich duck mich genau dahin, wo die sich gerade hinspauen, oder was? Ja, genau, schieß deine scheiß Raketen ab. Jetzt macht er dasselbe wie wir. Erstmal mit der Schrotpistole drauf schießen. Ah, und ich habe keine Farbe im Gesicht. Oh, Gegner. Ach, was. Wie viel habe ich jetzt eigentlich schon im Nahkampf ausgeschaltet? Keine Ahnung. Ist das wichtig? Oh Gott. Selbst du hast, glaube ich. Nein, ich komme und rette dich. Okay. Hast du die RPG aufgenommen? Ja, ich habe eine RPG momentan. Ja, ich komme gerade nicht zum Schießen. Ja, ich auch nicht. Zu viele hirnlose Gegner. Vielleicht breit schnullhagen lassen. Getroffen! Yeah, und ich glaube, er ist tot. Ja, wunderbar. Super, okay. An dieser Stelle machen wir dann mal Part Ende. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.